Ich bin Rodney, hier komm ich, das war ganz, das kenn ich. Verlieren wir keine Zeit, Kata! Was machst du da? Ich benutze meine Kraft, du schnappst dir den Akuma und bam, wir können wieder andere Dinge tun. Wer weiß, was passiert, wenn dir jemand automatisiertes Direkt trifft? Und wenn dein Selbstmord für das Direkt ist, dann kannst du dich noch aus der Kontrolle. Besser. Das ist das Problem an dir, du gehst mir riesigen ein. Natürlich tue ich das, ich mir in Dauer riesigen ein. Oh ja, riskierst du es zu wissen, wer wirklich hinter dieser Maske stimmt? Du weißt ganz genau, das besser. Strimmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmelmel Bis zum nächsten Mal.